Hallo zusammen, das ist Sue und ich bin Juna. Wir machen beide die Ausbildung zur Kauffrau EFZ bei der EuroCos Cosmetica AG. Heute wollen wir dir unseren Brüsseltag ein bisschen näher bringen. Kommt euch gleich mit! Im ersten Lehrjahr arbeite ich in der Abteilung Marketing. Wie du gerade siehst, bin ich unser Fahrbuch mit den neuen Produkten am Vervollständigen. Darin sieht man das ganze Sortiment einer Marke. Und so wird es auch unseren Kunden verschickt, damit sie ihre Bestellungen machen können. In der EuroCos Cosmetica AG handeln wir täglich mit unzähligen Kosmetikprodukten. Ein Teil von diesen würdet ihr jetzt in meinem aktualisierten Fahrbuch finden. Für unsere Aufgabe im Marketing kannst du deine kreative Seite richtig ausleben. Wenn wir Rechnungen von unseren Lieferanten bekommen, werden die bei uns in der Buchhaltung gebucht und bezahlt. Aufmerksam bin ich gerade alle Warenlieferantenrechnungen am Buchen. Ein Flair für Zahlen und viel Konzentration ist bei unserer Arbeit gefragt. Wir arbeiten gerne hier bei den EuroCos, weil uns bereits bei der Ausbildung viel Verantwortung übergeben wird. In unserer Lehrzeit durchlaufen wir viele verschiedene Abteilungen, was unsere Arbeit immer sehr vielfältig und lehrig macht. Nicht nur unter den Lernenden, sondern im ganzen Unternehmen haben wir ein super Verhältnis zueinander. Falls wir dich neugierig gemacht haben und du dir vorstellen kannst, bei der EuroCos Cosmetics KV zu machen, dann bewirb dich doch noch heute. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.